hallo ihr motorrad verrückten eine der fragen die ihr uns am häufigsten stellt ist die wie wechsle ich denn bitte diese membran hier oben am schieber wenn die verschlissen oder defekt ist dazu hatten wir bisher tatsächlich noch nicht ein einziges video und das ändert sich jetzt da machen wir also eine ganze serie davon und da kannst du schauen wie bei deinem motorrad die membran gewechselt wird jetzt steht natürlich die frage im raum wann muss ich denn überhaupt diese membran wechseln also ich sag ja in den videos immer dass ihr hier das bitte gut prüfen sollt und jetzt findest du vielleicht eine solche stelle die hier so aussieht ja hier sieht man also hier ist es mechanisch schon ein wenig angeschlagen und wenn ich so etwas finde ich bin also immer hier mit dem handschuh oder mit dem finger dahinter das würde man so ein bisschen durchsehen und wenn ich sowas finde dann nehme ich noch eine kleine kräftige taschenlampe und leuchte hier noch dahinter und hier ist noch nichts zu sehen ja obwohl hier oben schon sichtbar ist dass die eine schicht von dem gummi ab ist sieht man hier noch nichts und jetzt schauen wir mal hier habe ich euch eine andere rausgelegt schaut mal hier sieht das ähnlich aus aber wenn ich jetzt hier mit der lampe dahinter leuchte sieht man das ja sieht man wunderbar ist zu sehen dass hier schon ein kleines loch entstanden ist und diese stellen findet man hier eben an unterschiedlichen bereichen hier sieht das auch so ein bisschen angegriffen aus die oberfläche schon wenn ich jetzt hier leuchte ist doch ganz mini bisschen war aber ganz winzig klein jetzt sieht man es ein bisschen also das ist schon so ein bisschen detektivarbeit die man hier machen muss aber generell kann ich euch sagen wenn es so aussieht wie hier obwohl hier noch kein licht durch scheint dann dauert es in der regel nicht mehr lange bis es soweit ist dass diese stelle auch dann kaputt geht das heißt also wenn ihr euch einmal die mühe macht und den vergaser schon draußen habt gründlich gereinigt habt und ein reparatursatz verbaut dann schaut doch auch einfach mal beim wömbi im shop ob es für euer motorrad diese membran gibt du schaust dir jetzt für deinen motorrad der motorrad typ steht ja im videotitel das video das heißt also dafür gibt es dann natürlich auch diese membran und den link dazu findest du unten in der video beschreibung und denkt bitte daran natürlich die dementsprechende anzahl an membranen zu bestellen die ihr benötigt ich würde euch dazu raten wenn vielleicht auch nur ein teil kaputt ist wenn man einmal dabei ist macht das natürlich schon sinn dann alle zu ersetzen so jetzt kümmern wir uns um die membran von genau deinem motorrad und zwar ist das bei dir hier so geregelt dass die membran im schieber hier in einer nut drin steckt ja die ist also nur gesteckt und hält sozusagen durch ihre eigene spannung und wenn man hier so ein wenig zieht dann sieht man das und jetzt ziehst du hier und kannst sie nach unten einfach über diesen kunststoff rand vorsichtig darüber hinweg ziehen und auch nach unten vom schieber entfernen natürlich wenn du sie sowieso austauscht musst du jetzt nicht ganz vorsichtig sein und wenn du dann eine neue hast dann sieht das so aus du benötigst ein silikonspray das verlinken wir dir unten mit und das kann man hier so ein bisschen in diese kleine nut mit rein sprühen und jetzt machst du das so dass du den die membran von unten auf den schieber drauf fedelt und eigentlich ist alles was zu tun ist dass die membran jetzt hier wieder in diese nut herein muss ja das ist also bei deinem motorrad relativ einfach geregelt jetzt schaue ich immer noch ob der abstand hier überall gleich ist ja vielleicht so ein bisschen bewegen deswegen auch das silikonspray das hilft also dabei dass die membran dann richtig in ihrem sitz sitzt damit bist du schon fertig manchmal ist es auch so deswegen liegt es hier dass wir dir das zeigen können das ist das gleiche prinzip aber hier ist zusätzlich noch ein kunststoffring eingesetzt den man herausnehmen muss vorher der kann dann auch nach unten entfernt werden und den zeige ich euch jetzt mal in die kamera der hat nämlich zwei seiten hier ist noch mal ein rand drauf sieht man das ja und diese seite ist ganz glatt und darauf müsst ihr achten bei der montage kommt die glatte seite nach oben zur membran hin das heißt also ich fehle das hier wieder drauf und setzte den kunststoffring hier wieder vorsichtig ein das sorgt also bei manchen modellen ja für eine zusätzliche sicherung dass die membran einfach ein wenig straffer sitzt und dann gibt es darüber hinaus noch modelle das zeigen wir dir jetzt wo die membran mit einer nut in dem schieber sozusagen in ihrer position vorgegeben ist das prinzip der demontage und montage der membran ist aber auch hier genau das gleiche ja freunde das war's von uns für heute mit diesem video wie immer hoffe ich es hat dir gefallen und geholfen und wir wissen dass gerade die klebe varianten ja hier liegt jetzt mehrere auf dem tisch du hast gerade die variante von deinem motorrad gesehen wissen dass gerade diese klebe varianten doch ziemlich komplex sind dass deswegen schau bitte unbedingt in die video beschreibung außer den materialien die du benötigst verlinken wir dir dort auch immer einen kompletten schieber sofern er denn für deinen motorrad verfügbar ist ja das heißt also du findest das was wir dir gezeigt haben diese membran oder diese membran hier mit dem kleber und alles was du benötigst und wenn da drunter noch ein schieber verlinkt ist dann hast du auch die möglichkeit zu sagen okay bevor ich mir diese arbeit hier auf den tisch hole bestelle ich lieber einen kompletten schieber und baue den ein aber wie gesagt das gibt es nicht für alle motorräder ja freunde wie gesagt damit sind wir durch ich wünsche wie immer viel erfolg beim projekt viel spaß beim schrauben bis zum nächsten video tschau